Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ja! Ja! Du machst noch nie einen Vlog, oder? Nee, noch nie. Bist du geharft jetzt? Bin ich geharft. Sehr gut. So muss das sein. Hab ich mir gedacht. Niklas hatte keinen Freitag. Ich komme gleich an meinem Haus vorbei und jetzt lache ich ihn aus. Schönen guten Tag! Hier ist deine Mutter. Oh... Also ich mein, das ist schon krass. Oh ja. Oder hast du wieder glücklich? Was zu viel ist das? Entschuldige so. So, jetzt geht's. Seid ihr alle wieder zufrieden? Was hast du notiert? Ich mach jetzt einen Tassenkuchen. Guck mal da raus. That's what she said. Es tut mir leid. Passt. That's what she said. Bisschen Butterzucker draufhauen. Geschmackstest. Das ist viel zu heiß, aber das ist leider. Ah, das ist nass. Ey. Das ist angenehmer. Machst du mit der Nase das? Mit dem Alarm? Ja, auf jeden Fall. Niklas ist doch hässlich für die Video. Mach lauter, mach lauter. Nein. Nein, das müssen wir, das müssen wir ein Public Video machen. Jetzt muss ich ein Blog drin. Ey, jetzt bist du ein Blog drin. Viel zu guter. Mich? Wer ist der Scheiß? Wer ist der Scheiß? Wer ist der Tür? Ist auch hier der Tür? Auch. N420? Ich hab dir die ganze Zeit gesagt nicht. N420? Hab ich die gesagt gerade? Also echt, wenn man vom Friseur kommt, sieht man ziemlich Kerlbehindert aus. Dann wachsen die Haare ein bisschen. Und dann sehe ich schon wieder so Kerlbehindert aus. Ich hab ne random Lady von TikTok engagiert, Niklas Mutter zu spielen. Das wird komplett dumm. Oh, hörst du die Musik? Ja. Was kann der Grund für die Musik sein? Dass du dein Handy angemacht hast mit der Musik. Ich weiß es. Es muss daran liegen, dass deine Mutter zu Besuch kommt. Das weiß ich nicht wirklich, dein Witz, oder? Komm gleich noch, Moment. Deine Mutter ist gar nicht hier. Nicht, dass was passiert ist. Ich ruf die mal lieber an. Wir machen ein Video vielleicht für deine Mutter jetzt. Wer ist das? Immer nach der Mutter geht nicht ran, Niklas. Ich hab jetzt tot oder so. Wir waren in so einer Fade in Proto-Santo, aber das habe ich vergessen. In letztem Block war es gut. Oh, hörst du diese Musik? Ja. Tu mich mal nicht daran. Hier ist deine Mutter. Hi. Hallo. Guck, das ist deine Mutter. Wusstest du, dass deine Mutter ist? Ja. Nee. Wo bleibst du? Ja. Findest du gut, oder? Ja. 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 Und flüttere die Fische, vergiss das nicht. Die Fische, denk da an. Ich denke an die Fische. Nee, du hast keine Fische. Ich denke an die Fische. Ja. Ich weiß nicht, was du willst, Alter. Ist das nicht deine Mutter, Niklas? Nein. Erinnert dich gar nicht an dich. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufschreiben, dass du eins mehr machst. Oh ja, ich schreib mal auf. Wie wurde das geschrieben? Mit L. Mit L. Hast du fertig geschrieben? Okay. Ja, das war's auch eigentlich. Und deswegen hab ich auch eigentlich angerufen. Ja, genau. Du bist angerufen, ja. Ich hab gesagt, du sollst mich nicht da rein zeigen. Oh! Ey! Wer meinte das? Nee. Nein. Du bist so unglaublich. Du bist so unglaublich. Du bist schwach. Du bist so. Ich hab gewonnen. Du trägst immer mal einen Tisch geklaut. Hast du auch einen Loch drin? Du stehst hier? Oh, dann darf ich dich anfassen. Du bist so. Dann darf ich mich nicht umdrehen. Du musst ja anders rumdrehen. Ja, genau so. Wo das muss ich hinbekommen? Ich hab gleich den Zimmer am Bus vorbeigelaufen. Das sind wir gefahren. Der hat uns doch gesehen, der Busfahrer. Der hat uns doch wissen, was wir fahren. Ja, kack. Er ist jetzt noch zu einer Kindheit, ne? Du hast Jesus gekannt damals? Er ist geschafft. Das sind wir uns. Baria, Stay do you remember? Baria, Dancing in September. Baria. Schönen guten Tag. Hast du eine Folie, wo wir hin müssen jetzt? Also wenn wir dann jetzt nicht durchkommen, ja, ist das deine Schuld, sag ich dir. Das schlagen wir dich alle. Fünfmal. Ihr seid hier absolut falsch. Ich weiß. Nika sagt 20 lang. Ich leck ich nicht da allein. Da müssen wir hin. Vincent, in die welche Richtung gelaufen? Ich hab auch gesagt. Ich hab's auch gesagt. Aber nächstes wollt ihr nicht. Das ist witzig. War das? Wie fühlt euch ein Bio? Und nee, zwei kein Bio gehören. Du noch mehr Sticke? Ja, warum? Jonas sagt mal du Bescheid und er behauptet, der wüsste, was das Wort heißt. Aber der weiß es gar nicht. Asiatische Gebirgspflanzen. Das ist die Abflusslänse. Äh, die japanisch. Modernen japanische Studenten gemacht haben das. Haben das Eier. Ja, die haben das gemacht. Abflussprüfung. Also. Na? Wovon das jetzt nicht was? Hast du gekreischt? Run. Was? Ich find's halt aus. Junge, da ist eine scheiß Kabine. So. Aber das ist doch kein Haus. Ich bin Zickeli. Hallo. Ich bin dein Opa. Gänzenmähna. Was war das jetzt? Gänzenmähna. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich bin dein Opa. Ich bin dein Opa. Nö, glaub ich nicht. Ach, Junge. Scheiße, Mann. Ja, also hab ich gestochen. Also hab ich mich gepiekt. Hast du dein Adler selber gestochen? Nein, das Loch im Finger hier. Was Loch im Finger? Nein, das eh. Schreib hier mal bitte in die Kommentare, welches Bit du am besten findest. Und dann kannst du hier noch mehr Vlogs angucken oder was anderes. Oh, oh, oh. Yo, hier話. Das gibt es noch mal ein kleinesantic, Also bin ich eine solche Dichte abonacte, bin ich ее, wir brauchen die Dichte abonacte. Coronavirus trendziell, ://2, vicious oder Aufbruch über celebrate. Vielen Dank.